Der Elf ist links, hinten ist der Elmo. Der Elf ist durch die Seine und die Erfolge hat sich selbst in der Ausflutung und der Liste, der wird schon im Blumen geschnitten. Ich habe diese Elf teria Was ist die Elif hier? Immerhin hat noch Blüte in dem Kopf. Kleine Hamelherde, denn Ari kümmert sich um alle. Sonny frisst das Trockenfutter auf, ne, guter. Hier spielt Maus Elif hier. Von Elif hier kann man keine Videos drehen, die ist immer nur bei der Mama, ne. Elif hier. Nichts zu machen mit Elif, ne. Ja. Elif hier. Hm? Jetzt wird dicker Sunny. So, hat so ein Drucker angemacht, prima. Ja, das ist ein Druck Elif. Das ist unser kleiner Digga Elmo schon. Das müsste Elvis sein, mit der Tante Ari. Hier ist unser Elmo, ne. Ja, freilich. Und das ist Elif. Und das ist Elif. Und schnurrt und schnurrt. Ja. Unser Fino, ja freilich. Alle da. Wisst ihr, ich bekomme euch gar nicht mehr aufs Video drauf. Dass alle bei mir liegen, ne. Ja. Na freilich. Jetzt haben hier wieder ein bisschen Tee ab zum Fino. Oh. Unser Elif hier. Und kommt wieder an. Der Elvis, ne. Das Elif. Und schon sind sie alle wieder bei mir. Ja. Ja, fein. Unsere Elif. Schnurrt und schnurrt. Hm? Ja. Und das ist der Elvis. Sei lieb zu deiner Schwester, Freund. Schön lieb sein, Elvis, ne. Und Elif ist bei mir auf dem Schoß. Ja. Na, du bist ja eine Liebe, ne. Nichts zu machen mit dir. Ja. Ja. So ein Guter. Ja. Der Elmo spielt mit dem Sunny. Das ist unser Elif hier. Ja. Der Elmo spielt schön. Ja. 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 Jetzt kommt der Elvis an. Na fein. Das Elif. Endlich mal auf dem Video. Der kleine Fino hier unten. Fliffi. Und fein. Und das ist noch der Elvis. Und schnurrt und schnurrt. Ja. Und das ist noch der Elvis. Hier unten rein. Ah, 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 ah. Unser Elvis. Schnurrt und schnurrt. Ja. Was zum Katschen. Na fein. Schön sachte Freund. Ah, schön sachte. Na fein. Die Elif. Ey, das wird hier bald ausziehen. Am Samstag. Was ich ganz lieb. Sehnsüchtig erwartet. Ja. Richtig. Das hat sich ganz liebens. Das hat sich sehr gut gemacht. Wollen wir mal auf den Brot? Oh, das ist das.